Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der Honda ist ein sogenannter Mild-Hybrid und der Prius ist ein Vollhybrid. Beide haben aber einen Benzinmotor, einen Elektromotor und grosse Batterien. So sieht also die Batterie aus. Sie ist relativ schwer und sitzt deswegen auch auf der Hinterachse bei beiden Fahrzeugen einfach für die optimale Gewichtsverteilung. Man muss die Batterie eigentlich sehen als einen zusätzlichen Benzintank, weil da drin speichern wir Energie. Ein bisschen länger suchen muss man, bis man den Elektromotor findet. Der ist nämlich zwischen Motor und Getriebe. Und es ist auch nicht nur ein Elektromotor, sondern auch gerade noch ein Generator. Nämlich wenn man bremst oder wenn man dahin gleitet, dann laden die Batterie und wenn man Gas gibt, unterstützt er zusätzlich den Motor. Man hat also eine Mehrleistung mit dem Motor, weil der Elektromotor beim Beschleunigen mithilft. Durch die Unterstützung des Elektromotors verbraucht der Motor natürlich weniger Spreiter, wird weniger gefordert. Und auch der CO2-Ausstoss ist deutlich geringer. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen mild und vollhybrid? Ein mildhybrid ist einfach nur eine Unterstützung, während ein vollhybrid kann auch allein mit dem Elektromotor fahren. Da ist der Elektromotor deutlich grösser und stärker. Die meisten Modelle, die heute auf dem Markt sind, haben einen sogenannten mildhybrid. Warum? Es braucht eine kleinere Batterie. Auch ein kleinerer Elektromotor ist also einfacher zum Einbauen. Und es ist kostengünstiger. Der Vorteil vom Vollhybrid ist, wenn Sie spät nach Hause kommen und in den Garage fahren können Sie das mit einem Elektromotor machen. Und so gehört sie niemand. Und so gehört sie nicht.